Guten Tag, mein Name ist Xenia Drobben, ich bin Partnervermittlerin von meiner Partneragentur Xenia Drobben Partnervermittlung und in diesem Video möchte ich meine Meinung äußern zum Thema Wieso brauche ich doch Partnervermittlung? Manche Männer schreiben uns an irgendwie, ja ich brauche doch keine Partnervermittlung, ich bin, ich kann doch bei Tinder, bei Badoo, irgendwo anders, die Frau kennenlernen, ich brauche dafür keine Dienstleistung und ich muss nicht zahlen und sie verlangen doch das Geld und so weiter und so fort. Erstens, ja also wir verlangen das Geld leider, wir sind auch eine Firma, wir haben auch unsere Ausgaben und Gehälter und Löhne und Miete und Steuerberater, Werbung und so weiter und so fort, Internetpräsenz, viele viele Sachen, die jede Firma auch heutzutage finanziert und da sind wir keine Ausnahme leider und wir sind eine persönliche Dienstleistung, Provider von persönlichen Dienstleistungen, das bedeutet die Mitarbeiter bekommen auch die Schulungen, gehen zu verschiedenen Trainings, Umschulungen und so weiter und das als Chefin muss ich auch finanzieren und ich mache das gerne, ich bin ständig selber bei irgendwelchen Umschulungen und Ausbildungen, aber zurück zum Thema, kostenlose Plattformen, Tinder zum Beispiel oder Badoo, kann ich da wirklich jemanden kennenlernen, also kann der Mann, also ich nicht, kann der Mann wirklich da jemanden kennenlernen? Theoretisch ja, praktisch auch ja, kann man, man hat die Profile von den Damen, man kann selber blättern, man kann die Profile anschauen, man kann die Damen anschreiben, man muss keine Anfragen über die Agentur stellen, man zahlt nichts oder man zahlt wirklich wenig Geld für diese Dienstleistungen im Vergleich mit uns, das ist natürlich mehr Freiheit, man hat direkten Zugang zu den Damen. Aber in diesen internationalen Beziehungen ist wirklich ganz wichtig zu wissen, diese Unterschiede in der Mentalität, diese Kleinigkeiten, was sie an die deutschen oder österreichischen oder schweizerischen Frauen sagen, das kann bei den russischen oder ukrainischen Frauen absolut falsch vorkommen, weil das eine andere Mentalität ist. Und sie werden in den meisten Fällen mit den Namen nicht auf Deutsch kommunizieren, sondern auf Englisch und das bedeutet, diese falsche, also falsche Anführungsstrichen, also die Sätze, die für ihre Kultur normal sind, aber für russische und ukrainische falsch sind, ein No-Go sind. Und das übersetzt auch ins Englische, dann Fettnäppchen erwartet sie sowieso. Ihr Humor kann falsch verstanden werden oder ihre Scherze werden falsch verstanden werden oder ihre Antworten können falsch verstanden werden, weil wie gesagt, dann kommen zwei verschiedene Kulturen aufeinander. Und dazu noch die Sprachbarriere oder Sprachüberwinden, also Überwinden von diesen Sprachunterschieden am besten gesagt. Und es gibt wirklich so viele Kleinigkeiten. Mein Lieblingsbeispiel, das sage ich immer, wenn ich meine Seminare in Heidelberg durchführe, die meisten Frauen oder alle Frauen stellen die Frage beim ersten Date, wieso willst du eine russische bzw. eine ukrainische Frau kennenlernen? Was sagen die meisten Herren? Das werden sie auch sagen, glauben sie mir. Die meisten Herren sagen, ich will eine russische oder eine ukrainische Frau kennenlernen, die sind hübsch. Oder die sind häuslich oder die lieben Kinder oder die verstehen was im Haushalt. Also das sind die typischsten Beispiele, was die Männer sagen. Und das ist richtig so. Sie suchen osteuropäische Frauen, weil die Frauen gepflegt, hübsch sind und machen was, damit sie den Männern gefallen. Also bei uns gibt es nicht dieses, ja ich bin eine Frau, das muss doch reichen. Also die Frauen bemühen sich, um hübsch auszusehen. Aber in diesem Moment, wo sie sagen, ich will eine osteuropäische Frau, weil die hübsch sind. In diesem Moment schaltet bei uns der Kopf ab und wir hören nur das. Also alles, was sie da weiter erzählen, das wird schon daneben. Die Frau hat nur verstanden, sie suchen eine osteuropäische Frau, weil die hübsch sind. Und das bedeutet, sie sind oberflächig, sie suchen ein Püppchen und nur das äußere ist für sie interessant. Innere Werte und so weiter und so fort ist für sie egal. In diesem Moment sind sie für die Frau schon, ja haben schon ihre Bonuspunkte verloren. Auch wenn sie gut aussehen und toll und super, super Kerl sind, aber trotzdem, weil sie diese Antwort falsch formuliert haben, verlieren sie schon ihre Bonuspunkte, verliert die Dame das Interesse. Wenn sie sagen, ich möchte eine osteuropäische Frau, weil die häuslich sind und Haushalt und so weiter, verstehen sie, wie das bei den Frauen ankommt. Denken sie darüber nach, wie kommt das bei den Frauen an. Es kommt an, als ob sie eine Haushälterin suchen. Die Frauen, die diese Antwort bekommen, die haben vielleicht keine Ahnung, dass in Westeuropa die Menschen doch weniger sich um Haushalt kümmern. Und es gibt viele Frauen, die gar nicht kochen können oder die sich nicht dafür interessieren. Oder in Deutschland gibt es viele Frauen, die keine Kinder möchten. Also dieses familiäre, diese Kinderliebe ist etwas anders auf dem anderen Niveau. Aber die russischen Frauen wissen das nicht. Und wenn sie sagen, ich will eine häusliche Frau und ich will Kinder, das schaltet für die Dame schon wieder ab. Und sie denken, ja okay, er sucht eine Haushälterin, die ihm nur einfach die Kinder auf die Welt bringt. Und von dieser Frage, die bei dem ersten Date oder bei Anfang jeder Korrespondent gestellt wird, also wieso willst du eine russische, osteuropäische, ukrainische, weiße russische Frau kennenlernen, diese Frage wird ständig gestellt. Und auch hier fängt es schon an mit falschen Antworten. Und es gibt wirklich eine Menge von diesen Antworten. Und sie können ihre richtigen Antworten auf diese Frage nur dann finden, wenn sie wirklich mit vielen, vielen Frauen schreiben oder wenn die Frau wirklich sehr erfahren ist und sie kann ihre Antworten richtig interpretieren. Für die meisten Männer, alle diese Tinder, Bardo, also alle diese kostenlosen Geschichten scheitern. Erstens andere Kultur und die Männer sind gar nicht informiert. Andere Sprache und dafür sind die Männer nicht vorbereitet, die Sprache so umzuswitschen, damit die Frauen es verstehen. Und drittens, was kostenlos ist und wo keiner die Ausweise oder Reisepäser oder Unterlagen überprüft, das ist wirklich ein Paradies für die Betrüger. Auf all diesen Plattformen gibt es sehr viele Frauen oder ja angeblich Frauen, die sich einfach mit hübschen Bildern präsentieren und dann die Meinung einfach abzocken. Irgendwie unter dem Motto, ich komme zu dir, schicke mir das Geld. Die naiven Männer von den Worten, das fasziniert und von diesen netten Worten in der Korrespondenz fasziniert, schicken das Geld und dann sehen sie weder Frau noch das Geld wieder. Vor kurzem, also wirklich gestern oder vorgestern, hat mich ein Mann angeschrieben, er hat eine Frau bei F-Dating oder irgendwo auf diesen kostenlosen Krimskrams angeschrieben und also er hat mit vielen Frauen korrespondiert und dann sagt er, okay, man muss Millionär sein, um mit den ukrainischen Frauen zusammen zu sein. Ich habe gesagt, wissen Sie, wenn Sie da sitzen, wo jeder Zweite oder vielleicht jede Erste eine Betrugerin ist, dann müssen Sie nicht wundern, dass die Frauen versuchen nur, sie abzuzocken und sie meinen das gar nicht ernst. Also je nachdem, wo Sie suchen, da finden Sie was. Also zum Beispiel bei uns in der Agentur, also manche Menschen stellen sich wirklich ganz abenteuerlich vor, dass wir nur mit den Menschen unterwegs sind, aber 60%, 70% unserer Arbeit ist Datenbank. Das bedeutet, wir sitzen und registrieren die Damen und löschen die Damen und verschicken Newsletter. Und von diesen Newslettern löschen wir die Damen. Und dann kontaktieren wir die Damen mit den Anfragen, die Damen antworten, antworten nicht. Dann schon wieder, entweder ersetzen wir die Bilder, posten die neuen Bilder oder löschen die Dame oder ändern was in den Informationen. Bei uns ist wirklich die meiste Arbeit ist Datenbank und was wir mit dieser Datenbank machen. Also nicht Abenteuer und Partys und nur mit den Menschen unterwegs zu sein. Deswegen, Sie können natürlich auch auf kostenlosen Plattformen suchen. Auf Facebook oder irgendwo anders. Das kann ich Ihnen nicht verbieten. Und ich denke, es ist auch richtig und wichtig, diese bestimmte Erfahrung zu sammeln. Aber da müssen Sie sich gut informieren. Oder kommen Sie zu uns, vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch. Und in dieser einer Stunde bekommen Sie viel mehr Informationen und sparen so viel von Ihrem Geld, dass ich es sich einfach nicht vorstellen kann. Ich hoffe, mit diesem Video habe ich Ihnen etwas mehr über internationale Beziehungen erzählt. Und dann sind Sie mehr informiert, dann sind Sie mehr bewappnet, besser vorbereitet. Und bei allen Fragen können Sie sich gerne bei uns im Büro melden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.